Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 19. April. Tödlicher Unfall in Ginsheim, Verstärkung für Darmstadt 98 und Blitzermarathon in Hessen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Bei einem schweren Unfall ist am Donnerstagmorgen ein 39-jähriger Rollerfahrer tödlich verletzt worden. Eine Radfahrerin wurde zudem schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, erfasste ein LKW-Fahrer gegen Viertel nach Sieben in der Gerhard-Hauptmann-Straße in Ginsheim-Gustavsburg aus bislang ungeklärter Ursache eine Radfahrerin mit seinem Lastwagen. Die Frau wurde dabei schwer verletzt und nach Angaben der Polizei mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Auf dem Weg zur Unfallstelle kollidierte dann eine Polizeistreife in Bischofsheim nach ersten Erkenntnissen mit einem Rollerfahrer, als die Beamten einer anderen Autofahrerin eines weißen Corsars ausweichen wollten. Der Rollerfahrer wurde durch den Zusammenstoß so stark verletzt, dass er seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle erlag. Die Fahrerin des Corsars wurde ebenfalls verletzt ins Krankenhaus gebracht. Aufatmen in Darmstadt. Bei der Kampfmittelsondierung an der Rheinstraßenbrücke lag zunächst der Verdacht auf den Fund einer Weltkriegsbombe vor. Das hatte die Stadt am Mittwoch mitgeteilt. Am Donnerstag war daher die Umleitungsstrecke, die für die Großbaustelle eingerichtet ist, ab 9 Uhr gesperrt worden. Mit Hilfe eines Baggers untersuchte der Kampfmittelräumdienst den vermeintlichen Fundort. Gegen 11 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden. Es wurde keine Bombe gefunden, nur ein Stück einer alten Rohrleitung, welches im Boden der Rheinstraßenbrückenfahrbahn liegt. Kurz danach durften Fußgänger und Radfahrer die Brücke wieder passieren. Die Polizei hob die Sperrung auf. Verstärkung für Darmstadt 98. Die Lilien haben am Donnerstag den ersten Neuzugang für die neue Saison präsentiert. Fynn Lakenmacher kommt ablösefrei vom Drittligisten TSV 68 München. Der 23 Jahre alte Stürmer unterschreibt einen einen Vertrag bis Sommer 2027 und soll am Böllenfalltor den nächsten Schritt gehen. Lakenmacher ist bei Hannover 96 sowie dem TSV Havelse ausgebildet worden und erzielte seit 2022 in 101 Drittligaspielen 17 Tore und 6 Assists. Lilien-Coach Thorsten Lieberknecht, der federführend die Gespräche geführt hat, ist vom neuen Angreifer überzeugt und sagt, Fynn ist ein für sein Team hart arbeitender, physisch sehr präsenter und entwicklungsfähiger Stürmer. Mehr als zweieinhalb Jahre sind seit der tödlichen Flutkatastrophe im Ahrtal vergangen, doch die Schuldfrage beschäftigte die Justiz bis jetzt. Nun hat die Staatsanwaltschaft Koblenz die Ermittlungen zur tödlichen Flutkatastrophe im Ahrtal eingestellt. Ein hinreichender Tatverdacht gegen den ehemaligen Ahrlandrat Jürgen Pföhler und einen Mitarbeiter aus dem Krisenstab habe sich nicht ergeben, sagte gestern der Leiter der Staatsanwaltschaft Mario Mannweiler. Dem ehemaligen Landrat des Kreises Ahrweiler wurde vorgeworfen, durch sein passives Verhalten während der Flutkatastrophe im Ahrtal im Jahr 2021 eine Mitschuld an den tödlichen Ausmaßen des Unglücks zu tragen. Pföhler hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen. In der Nacht auf den 15. Juli 2021 verloren mehr als 130 Menschen im Ahrtal ihr Leben. Die Staatsanwaltschaft kam zu dem Schluss, dass es sich um eine außergewöhnliche Naturkatastrophe gehandelt habe, deren extremes Ausmaß für die Verantwortlichen des Landkreises Ahrweiler nicht konkret vorhersehbar gewesen sei. Mit mehr Produkten und neuen Öffnungszeiten will McDonald's den Frühstücksmarkt aufrollen und tritt in direkte Konkurrenz zu Bäckereien. Bislang umfasste das Frühstücksangebot der Fastfood-Kette, abgesehen von Kaffee-Varianten, vier Produkte. Doch jetzt will der US-Konzern sein Angebot deutlich erweitern. Außerdem dreht das Unternehmen an den Öffnungszeiten. Berichten zufolge ist das Frühstückssortiment insbesondere auf den Außerhauskonsum ausgerichtet. Dadurch tritt das Unternehmen in direkte Konkurrenz zu Bäckereibetrieben. Der Deutschlandchef des Konzerns, Mario Federico, sieht im Frühstücksmarkt ein großes Potenzial für McDonald's. Einem Bericht des Marketingmagazins Horizont zufolge will McDonald's in Deutschland mit seinem Frühstücksangebot künftig ein Drittel seines Umsatzes erzielen. Ein Kernpunkt der neuen Kampagne seien deutschlandweit einheitliche Frühstückszeiten von 7 bis 10.30 Uhr, betont das Unternehmen. Heute führt die Polizei in Hessen einen Blitzermarathon durch. Wer zu schnell fährt und dabei erwischt wird, muss mit hohen Bußgeldern rechnen. Teilweise werden die Messpunkte bekannt gegeben, manche können aber auch unangekündigt aufgestellt sein. Grund für die schärferen Kontrollen sind die Zunahme von tödlichen Verkehrsunfällen im Zusammenhang mit zu hohen Geschwindigkeiten. Überschreitet man die Geschwindigkeit um mehr als 21 km pro Stunde, muss man mit Punkten rechnen. Ein Fahrverbot droht außerorts ab einer Geschwindigkeitsüberschreitung ab 41 km pro Stunde, innerorts bereits ab einer Geschwindigkeitsüberschreitung von mindestens 31 km pro Stunde. Eine Geldstrafe von 60 Euro droht, wenn man 16 bis 20 km pro Stunde zu viel fährt. Beim vergangenen Blitzermarathon hatten die Beamten an knapp 200 Messstellen in Hessen rund 205.000 Fahrzeuge kontrolliert. Davon waren rund 4 Prozent zu schnell gefahren. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www. Gude Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vam.de www.gude Südhessen.de